Weil so viele in den Kommentaren hier bei YouTube nach der Rasenpflege im Garten fragen, habe ich mir mal überlegt, ich zeige euch die ersten drei wichtigen Schritte. Ihr bekommt jetzt Tipps von mir zum Mähen, zum Vertikutieren und zum Irrifizieren. Ich bin Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten ist in Berlin-Charlottenburg. Tipp Nummer 1, Mähen. Das wichtigste Prinzip beim Mähen ist eigentlich ganz einfach. Je öfter, desto besser mindestens einmal die Woche. Welchen Rasenmäher ihr am liebsten verwendet, das ist natürlich Geschmackssache und hängt auch von der Größe der Fläche ab. Also bei einer großen Fläche vielleicht ein Elektromäher. Und hier auf meiner kleinen Fläche, da nehme ich einen Spindelmäher. Denn im Schrebergarten, da ist die Rasenfläche sehr überschaubar. Der ist schön leise und ich kann so richtig was für meinen Körper tun. Auf welche Rasenlänge sollte man mähen? Drei bis fünf Zentimeter. Ganz wichtig, bei sehr großer Hitze und großer Trockenheit nicht zu kurz mähen. Denn die Halme, die beschatten sich gegenseitig und dann trocknet auch der Boden nicht so schnell aus. Schritt Nummer zwei, vertikutieren. Vertikutieren, was bedeutet das? Eigentlich ganz einfach. Man möchte Filz, Moos, alles was dem Gras so die Luft zum Atmen nimmt, möchte man rausholen. Das ist auch Konkurrenz und das wächst dann einfach nicht so gut, das Gras. Also nimmt man zum Beispiel so einen Handvertikutierer, hier für kleinere Flächen. Wer das nicht hat, kann auch normalen Drahtmetallrechen nehmen. Mit dem kann man das auch ganz gut rausziehen. Und wer eine sehr große Rasenfläche hat, der kann sich vielleicht einen elektrischen Vertikutierer im Baumarkt ausleihen. Man macht das so zweimal, also maximal zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, weil es ist schon ganz schön Stress für den Rasen. Man muss da auch sehr gründlich sein. Also einmal längs und einmal quer über den Rasen, wie so ein Schachbrettmuster. Und dann alles gründlich runterrechen. Musik So, das war es jetzt längs und jetzt Schachbrettmusterartig quer dazu. Musik Und dann gründlich mit dem Rechen nochmal drüber gehen. Musik Das kann man sich ja vorstellen. So ein Riesenberg an Filz und Moos aus dieser kleinen Fläche, dass da das Gras weder atmen noch wachsen kann. Musik Schritt Nummer drei. Ärifizieren. Das bedeutet Luft in den Boden bringen. Gerade bei sehr dichten, sehr lehmhaltigen Böden wichtig. Da kommt nicht genug Luft rein, damit auch nicht genug Luft an die Wurzeln der Gräser und dann wachsen sie nicht mehr gut. Man erkennt das manchmal, wenn das Wasser nicht mehr abfließt, dann kommt auch keine Luft in den Boden. Und das geht ganz einfach. Man nimmt hier so eine Grabegabel und macht immer in einem gewissen Abstand von einer Gabelbreite leicht reintreten, Löcher in die Oberfläche. Immer schön Löcher in die Oberfläche. Und damit die Löcher sich nicht schließen, wenn ich die Gabel wieder rausziehe oder nach einem Regen zum Beispiel, muss Sand rein. Dann werden die wie so kleine Luftschleusen offen gehalten. Einfach mal so ein bisschen drüber schütten. Ruhig ordentlich. Braucht mal gar nicht sparsam sein, wenn man genug Sand hat. Und dann mit einem Besen den Sand in die Löcher einkehren. Wie bei Fugen zum Beispiel. Schön den Sand in die Löcher einkehren. Und so bekommt er wieder Luft und kann viel besser wachsen. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt zum Gärtnern im Frühling, dann schaut doch in meine anderen Videos. Und wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. Ich schaue da regelmäßig rein und ich freue mich echt auf den Austausch mit euch. Ich schaue da gleiche.